Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute nicht nur hier bei Fronius, sondern auch, möchte ich hier recht herzlich begrüßen, BWD. Denn das heutige Thema unseres Webinars ist auf der einen Seite unsere Hybrid-Wechselrichter von Fronius, den neuen Gen24 Plus Wechselrichter als auch den Symo-Hybrid-Wechselrichter und auf der anderen Seite auch in Kombination mit der neuen BWD-Batterie Premium HVS und HVM, das Power Duo für stärkste Performance. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen, möchte auch mich herzlich noch mal bedanken für die Teilnahme von BWD hier und begrüßen möchte ich hier Florian Blaser von EFT Systems, der Service Partner von BWD für den europäischen Raum. Hallo Florian, schön, dass du dabei bist. Hallo Christoph und hallo alle zusammen. Ja, also Florian wird sich nach meinem Part bei Beginn seines Parts noch mal selbst kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Schierlinger, bin von Fronius International aus dem Team Trainings und Education und werde sie jetzt durch den ersten Teil, den Fronius-Part führen. Gut, ja, bevor wir, vielleicht noch einen Punkt zurück, bevor wir jetzt mit der Agenda, mit den eigentlichen Inhalten starten, möchte ich noch ganz kurz anmerken, wir haben die Möglichkeit hier Fragen zu stellen, also Sie haben die Möglichkeit auf der rechten Seite Ihres Bildschirms Fragen einzutippen, die können direkt an uns durchgesendet werden, also Florian und ich haben beide die Möglichkeit, diese einzusehen und wir werden uns natürlich während des Webinars auch gleich der Beantwortung bemühen, vielleicht können wir ein paar von den Fragen gleich auch live beantworten. Nutzen Sie also die Chance und stellen Sie auch gerne Ihre Fragen. Gut, jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz die Agenda des heutigen Webinars vorstellen. Wie schon erwähnt, zu Beginn möchte ich Sie durch die Fronius-Produkte führen, also die zwei neuen, also der Hybrid-Wechselrichter, der neue Gen24 Plus, als auch der Symo-Hybrid-Wechselrichter und wie diese installiert und in Betrieb genommen werden. Beziehungsweise zu guter Letzt natürlich, wie fügt man die neue Batterie erfolgreich hinzu. Der zweite Part wird dann von Florian gehalten, ich werde dann an ihn übergeben und er wird uns durch die wichtigsten Punkte von BWD führen. Beide Punkte werden so zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Ich freue mich jetzt also, Sie durch die nächsten 50 bis 60 Minuten durchführen zu dürfen. Gut, wir starten also gleich mal mit Fronius- und BWD-Speicherlösungen und das erste, was ich jetzt mal kurz erwähnen möchte, ist natürlich die Frage, ja warum brauchen wir jetzt überhaupt einen Speicher, wofür ist der eigentlich gut? Ja, die große Antwort dafür ist eigentlich Sektorenkopplung. Das ist ein Weg in die Zukunft, die uns hier sehr unterstützen kann und zwar mit Sektorenkopplung meine ich, mittlerweile ist es natürlich nicht sehr geschickt, einfach eine PV-Anlage zu installieren und darauf zu hoffen, so viel wie möglich zu verbrauchen. Das ist vielleicht momentan noch eine sehr kostengünstige Lösung, aber dennoch haben wir einen sehr geringen Eigenverbrauch dadurch. Vieles der Energie, welche wir untertags produzieren, wird zurückgeschweißt, denn das Netz kann nicht verbraucht werden, da wir vielleicht auch nicht zu Hause sind, deshalb Sektorenkopplung, intelligente Energieflüsse nutzen. Was ich mit diesem Schema kurz zeigen möchte, wir haben einen Wechselrichter hier installiert, in diesem Fall unsere neue Serie Gen24 Plus mit angeschlossenem PV-Generator und am Einspeisepunkt im Netz sehen wir hier einen Fronius Smart Meter, der alle Energieflüsse misst und die Informationen an den Wechselrichter weitergibt und damit haben wir schon mal den ersten Überblick, wohin gehen die Energieflüsse, haben wir mehr Einspeisung, haben wir gerade Bezug und demnach können wir diese Information auch nutzen, den Überschuss abzugreifen und zu speichern. Speichern kann man natürlich in verschiedenster Weise, also in allererster Linie wollen wir natürlich mal unsere Standardverbräuche im Haushalt abdecken, aber in weiterer Form möchten wir uns unsere Überschüsse eben auch speichern, wie schon erwähnt, das kann über einen Fronius Ompilot in Form von Warmwasser geschehen, also Warmwasserbereitung, aber auch, und hier kommt Bivadi ins Spiel, mit angeschlossener Batterie direkt DC gekoppelt am Wechselrichter angeschlossen. Ja und mit dieser Form kann entweder in Warmwasser oder eben auch in elektrischer Form die Überschussenergie gespeichert werden, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. Im nächsten Schritt ist natürlich auch eine Notstromumschaltung möglich, welche uns dann ermöglicht auch im Notstromfall die gespeicherte Energie in der Batterie wieder zu nutzen. Ja, das also als einleitenden Punkt, wo wir eigentlich den Wechselrichter montieren, wo die Batterie angeschlossen ist und warum wir dieses System haben möchten. Jetzt möchte ich ganz kurz die neuen Geräte vorstellen. Wir haben ja nicht nur eins, sondern gleich zwei sozusagen. Einmal einen einphasigen Primo Gen24 Plus, der wird natürlich bei uns im deutschsprachigen Raum eher weniger Verwendung finden. Bei uns ist der Fronius Symo Gen24 Plus schlagend. Das dreiphasige Gerät, Leistungsklassen hier ersichtlich 6, 8 und 10 kW. Wir haben zwei individuell arbeitende MPP-Tracker und einen Batterieeingang und das Ganze ist schon jetzt verfügbar. Also wir haben Anfang, Mitte September, September mit der Auslieferung begonnen. Also die ersten Geräte sind schon am Kunden installiert mittlerweile. Ja und das einphasige Gerät wird in kleineren Leistungsklassen von drei bis sechs kW Anfang nächstes Jahr kommen, also Quarter One 2021. Also nächstes Jahr im ersten Quartal wird das aufschlagen mit eben kleineren Leistungsklassen dann. Ja, das zweite BWD Premium Batteriefähige Gerät bei uns ist der Symo Hybrid. Auch dieser Snap Inverter sozusagen ist fähig eine BWD Premium Batterie anzuschließen. Auch das Gerät ist dreiphasig, hat kleinere Leistungsklassen von drei bis fünf kW, ist also die Komplementierung zu unserem neuen Gen24 Wechselrichter. Wir haben hier etwas verringert nur einen MPP-Tracker, aber auch hier eben einen Batterieeingang. Und für beide Geräte gilt eigentlich, wir haben höchsten Wirkungsgrad und maximalen Eigenverbrauch. Auf diese zwei Punkte möchte ich in den nächsten Folien gleich nochmal etwas detaillierter eingehen. Denn, okay, jetzt kommen wir zur Kompatibilität mit BWD. Zu welchem Gerät kann was angeschlossen werden? Ganz wichtig zu wissen, beim Symo Gen24 Plus können beide Batteriesysteme angeschlossen werden. Es ist sowohl für die HVLs als auch für die HVM geeignet. Bitte aber beachten, für den Fronius Symo Hybrid Wechselrichter ist nur eine HVM kompatibel. In der nächsten Folie gehen wir noch etwas tellierter auf die Kompatibilitäten ein. Für beide gilt, wir haben einen Batterieeingang, wie schon erwähnt. Ein paar technische Unterschiede haben wir aber. Für den Symo Hybrid haben wir maximal 16 Ampere, was wir hier Lade- und Entladestrom bieten können. Bei der Gen24 etwas mehr, 22 Ampere und dementsprechend gestalten sich auch die Lade- und Entladeleistungen etwas unterschiedlicher. Bis zu 6,5 kW beim Symo Hybrid und bis zu 9 kW beim Gen24 Plus. Bitte aber beachten, das ist dann abhängig je nach Wechselrichtergröße und auch je nach Batteriegröße. Auch dazu noch eine genauere Folie. Wie versprochen, eine kurze Kombinationsmatrix setzt mit unseren Wechselrichtern und den Batterien. Wir können hier auf der linken Seite HVS und HVM aufgegliedert sehen in die verfügbaren Kapazitätsgrößen und hier die Kompatibilität mit unseren Wechselrichtern. Ich möchte jetzt mal den Fokus auf unseren Symo Gen24, unseren 3-Phasen legen. Da können wir sehen, bei der HVS sind wir hier überall kompatibel, außer bei der größeren HVS, der 12,8 kWh. Grund dafür ist eine etwas zu hohe Systemspannung für unseren Wechselrichter. Deshalb ist hier die größte Batterie von der HVS-Serie nicht kompatibel. Gleiches bei der HVM. Wir sind auch hier überall kompatibel, außer mit der kleinsten HVM. Dasselbe rückwärts. Also hier haben wir etwas zu geringe Spannungen für unser System. Deshalb können wir hier die 8,3 kWh nicht kombinieren. Aber alle anderen Systeme sind kompatibel und anschlussfähig. Die zweite Grafik, die ich jetzt noch zeigen möchte, beschäftigt sich mit den Lade- und Entladeleistungen mit Fronius. Wir haben schon gehört, bis zu 9 kW, auch im Notstrom, ist hier mit Gen24 möglich. Das eben abhängig, je nach Größe der Batterie und des Wechselrichters. Angenommen, wir haben einen Symo Gen24 10 kW und eine, die größte kompatible HVS-Batterie mit 10,2 kWh, dann ist hier auch eine Lade- und Entladeleistung von 9 kW möglich. Würden wir ein kleineres System wählen, würde auch die Lade- und Entladeleistung dementsprechend hinuntergehen. Aber dementsprechend hoch sind auch diese Werte hier noch. Muss man hier auch dazu sagen. Ja, eines der wichtigsten Punkte in unserem System ist natürlich der Fronius Smart Meter. Wir haben schon gehört, er sitzt am Einspeisepunkt und ist eigentlich essentiell für unser Speichersystem, da er die Energieflüsse misst und somit auch darstellen kann, haben wir Überschuss verfügbar oder beziehen wir gerade aus dem Netz. Hier dargestellt zwei Bilder. Einmal unten der momentan noch verfügbare Fronius Smart Meter oder bis jetzt verfügbare Fronius Smart Meter und oben der Ersatz, der wird momentan auslaufen, der untere und der neue Smart Meter TS wird den alten ersetzen. TS steht für Touchscreen, ist also ein Touchscreen-Gerät, im Prinzip aber selbe Bauweise, selbe Inhalte mehr oder weniger und auch selbe Kommunikationsanbindung und ermöglicht es uns einfach eine Basis auch für vollständiges Monitoring in unserem Online-Tool in Fronius Soloweb zu schaffen. Als wäre man einen bidirektionalen Zähler, der sowohl die Einspeisung misst, als auch den Bezug aus dem Netz. Ja, und ein wichtiges Element, wenn wir jetzt von Fronius Smart Meter sprechen, ist das sogenannte Multiflow-Technologie. Multiflow beschreibt im Prinzip die optimale Nutzung der Energie und die Steuerung von parallelen Energieflüssen. Das alles ist möglich mit Fronius Hybrid-Wechselrichtern, so zum Beispiel auch der Gen24. Hier dargestellt sehen wir jetzt ein Schemata mit einem Gen24 Plus und einem angeschlossenen PV-Generator. Wir haben auch eine Batterie hier angeschlossen, wie wir hier sehen können und vielleicht haben wir auch noch einen zweiten Erzeuger wie ein Windrad oder einen zweiten PV-Wechselrichter. Jetzt ist es die Aufgabe des Hybrid-Wechselrichters zu schauen, dass am Einspeisepunkt, dort wo der Smart Meter sitzt, alles optimalerweise auf Null zu halten. Wir möchten so wenig wie möglich einspeisen ins Netz, so viel wie möglich selbst verbrauchen und speichern und zur gleichen Zeit natürlich auch so wenig wie möglich aus dem Netz beziehen. Das heißt, es wird immer geschaut, dass am Ende den Bauch ist. Das ist der Punkt der Bauch ist, sondern wir möchten so wenig wie möglich aus es im Netz spielen. Das ist der Punkt der Bauch ist. Wir möchten so wenig wie möglich aus dem Netz, als wenn man eine gute Eurerichter ist. Das ist das Ziel, das ist das Ziel, sondern wir möchten so wenig eine gute Beέςernements geben. Das ist die Aufgabe des Bauchskans, wir können in der Regelung ...aufgeladen werden. Genau, also das ist hier gemeint mit parallelen Energieflüssen. Der nächste Punkt ist natürlich die Notstromfähigkeit. Auch dies ist gegeben, wie wir schon gehört haben, maximale Unabhängigkeit im Notstromfall. Damit ist gemeint, also wir können wirklich dreiphasigen Notstrom gewährleisten, auch im Notstrom, für beide Geräte. Also sowohl für den Gen auch als für den Symo-Hybrid. Es werden also alle angeschlossenen Verbräuche versorgt, der gesamte Haushalt mit Dreiphasenstrom. Und wir sind somit auch im Notstromfall energieunabhängig. Der einzige Punkt, den wir hier beachten müssen, ist natürlich, dass wir eine Notstromumschaltung am Einspeisepunkt verbauen müssen. Es muss also eine Netztrennung vonstatten gehen mit mechanischen Komponenten sozusagen, um den Notstrom hochzufahren. Und die Batterie ist natürlich notwendig hier. Der zweite Punkt, der nun kostenlos für Kunden verfügbar sein wird, ist die Basis-Notstromfunktion am Gen24-Wechselrichter. Basis-Notstrom ist im Wesentlichen hier ein sogenannter PV-Point. Der Punkt, der ist standardmäßig im Gen24-Wechselrichter integriert, sodass die Verbräuche aus den eigenen Ressourcen betrieben werden, aus den beiden PV-Anlagen vielleicht, direkt aus Ries-Notstrom. Wir haben hier ein kleines Audio-Problem. Okay. So, kurzer Check. Wenn ich mich kurz mal bitten darf, können Sie mich nach wie vor noch hören? Ist die Audio-Verbindung gut? Vielleicht kurz die Hand heben oder kurz in den Chat hineinschreiben? Okay, ich sehe, es hebt schon jemand die Hand. Alles gut. Gut, wir fahren wieder fort. So, also zum PV-Point. Der PV-Point ist also eine standardmäßig integrierte, einphasige Notstromlösung im Gen24, die einfach auf eine Steckdose verkabelt werden kann, so wie in diesem Schema da hier. Eine SI-gesicherte Steckdose muss es sein. Und im Notstromfall wird dann nur diese eine Steckdose versorgt. Es ist keine Notstromumschaltung notwendig. Wir ersparen uns diese Komponenten sozusagen. Es ist standardmäßig integriert und der Kunde kann dann eben nur im Notstromfall diese eine Steckdose mit bis zu 3 kW versorgen, um vielleicht den Kühlschrank anzustecken, mobile Geräte aufzuladen, Licht anzumachen und so weiter. Spitzenleistungen bis zu 4,1 kW können natürlich auch bis auf 5 Sekunden abgedeckt werden. Nominalleistung ist dann eben die 3 kW. Und das Ganze eben ganz ohne zusätzliche aufwendige Installation. Wir brauchen nichts mehr am Einspeisepunkt zu machen, nur diese einphasige Steckdose zu verkabeln. Das ist also die Neuheit auch beim Gen24-Wechselrichter, die wir hier dann bieten können. Gut, wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns jetzt mal die Installation und die Inbetriebnahme unseres Gerätes etwas genauer an. Ja, wir schreiben hier jetzt einfachste Installation und Inbetriebnahme. Ich hoffe, alle, die mittlerweile schon ein Gen24-Gerät haben oder installiert haben sogar, können das bestätigen. Es geht wirklich flott und wirklich rasch. Zum einen, weil natürlich darauf geachtet wurde, hier bei der Inbetriebnahme alles so leicht wie möglich zu machen. Zum Beispiel die Wandhalterung hier ist wirklich ein ganz leichtes Aluminium, das hier an die Wand montiert wird, kann von einer Person gemacht werden. Wenn das montiert wurde, kann das eigentliche Leistungsgerät eingehängt werden. Der eigentliche Wechselrichter ist ein Snap-In-Prozess, also oben haben wir Halterungen, unten haben wir dann Sicherungen, die das Ganze halten. Haben wir das geschafft, schrauben wir den unteren Teil dieser Abdeckung ab. Das ist der sogenannte Deckel der Verkabelungseinheit dann. Das Ganze ist aber nicht mit standardmäßigen metrischen Schrauben zu machen, sondern mit sogenannten Quick-Lock-Schrauben. Das sind 180 Grad Drehverschlüsse, also ein halber Dreh sozusagen und die Schraube ist offen. Fünf dieser Schrauben sichern diese untere Platte und dementsprechend schnell kann auch hier zum Anschlussbereich gekommen werden. Zum Anschlussbereich selbst haben wir dann auch hier keine Schraubverbindungen. Ich brauche lediglich ein abisoliertes Kabel in diese Federzugklemmen einführen, verschließen, wieder anstecken und das Ganze kann wieder verschlossen und hochgestattet werden. Also es ist ein wirklich schneller Prozess hier möglich, sowohl bei der Inbetriebnahme als auch beim Service natürlich. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen detaillierteren Einblick in diese Kabelanschlüsse hier ermöglichen. Hier im Bild sehen wir einen Symo Gen24 Plus und mit abgeschraubtem Deckel hier unten. Das heißt, wir können hier schön sehen, diese Anschlussklemmen, diese Federzugklemmen sind sowohl auf der DC-Seite links als auch auf der AC-Seite rechts verfügbar. Und ja, vielleicht ganz kurz von links nach rechts. Wir haben hier die DC-Anschlüsse für PV und Batterie, Plus und Minus. In der Mitte haben wir unsere Datenkommunikationseinheit, bei uns auch genannt Pilot. Ist eben dafür zuständig, sowohl Smart Meter als auch die Batterie anzuschließen, kommunikationstechnisch. Als auch ist es unser visuelles Feedback, weil wir ja keinen Display mehr haben, aber dafür zwei LEDs und einen sensorischen Tastsensor. Das alles befindet sich auf dieser Kommunikationseinheit. Rechts davon noch ein Erdungsklemmblock, die einzige Komponente hier, wo wir auch noch Schraubverklemmungen haben, eine Kupferschiene. Und gleich links davon sehen wir den PV-Point, wie schon erwähnt, einphasiger Anschluss und rechts davon die eigentliche AC-Klemme. Ja, zur Kommunikation, es schaut etwas viel aus hier auf dieser Folie. Ich möchte nicht auf alles eingehen. Wichtig zu wissen eben, dieser Pilot, diese Kommunikationseinheit ist eben unsere zentrale, sozusagen unser Hirn des Wechselrichters. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch den Bivadi-Speicher, diese Batterie, anzubinden. Mehr davon sehen wir gleich noch. Ja, und im Wesentlichen haben wir auch noch ein paar Fortschritte gemacht hier, weil wir zwei separate Modbus RTU-Anschlüsse haben. Zwei Schnittstellen, die separat angeschlossen werden können. Hier dargestellt mit M0 und M1. Also wir können von dem einen Ausgang zum Beispiel die Batterie verkabeln und vom anderen können wir den Smart Meter am Einspeisepunkt verkabeln. Muss hier nicht mit zwei Kabeln auf einen Anschlusspunkt gehen. Ganz wichtig bei der Verkabelung einer Modbus-Schnittstelle ist natürlich der Abschlusswiderstand. Das wissen wir ja bereits bei einer RS-485-Leitung müssen immer am Ende der Leitung Abschlusswiderstände gesetzt werden. In unserem Fall am Gen24-Wechselrichter haben wir hier oben zwei kleine Schalter, die je Modbus-Schnittstelle den Abschlusswiderstand symbolisieren. Also diese können auf ON oder OFF gestellt werden. Je nachdem, ob die Komponente am Ende sitzt oder in der Mitte. Gut, ja selbiges gilt natürlich auch für unseren Symo-Hybrid-Wechselrichter. Wir haben eine ähnliche funktionierende Dateneinheit. Sieht etwas kleiner aus in diesem Fall. Der Data Manager 2.0. Auch hier haben wir unsere Anschlüsse für Modbus. Hier heißt es noch Data Plus, Data Minus, sowohl als auch ein 12 Volt Plus-Signal und den Ground-Anschluss hier mit Minus. Also auch hier unsere Schnittstelle für unseren BWD-Speicher, der hier angeschlossen wird, als auch für den Smart Meter. Und auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, einen Abschlusswiderstand zu setzen, für den Fall, dass wir am Ende der Modbus-Leitung sitzen. Das ist unterhalb der Wi-Fi-Antenne. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt. Da ist ein kleiner weißer Schalter. Dieser kann dann auf ON oder OFF gesetzt werden. Gut, soviel mal zur Installation. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zur Inbetriebnahme sagen. Das ist jetzt momentan neu auch mit der App möglich. Natürlich, natürlich nicht nur, das kann auch mit dem Laptop gemacht werden, aber auch mit einer neuen App, der sogenannten Fronius Solar Start App. Die können Sie bereits herunterladen, wenn Sie Interesse haben für Apple-Geräte, als auch für Android-Geräte hier schon herunterladbar. Und die Inbetriebnahme unseres neuen Gen24-Wechselrichters zeichnet sich sehr durch drei einfach gestaltete Schritte heraus. Hier auf dem Smartphone können wir es ganz klein noch sehen. Drei Schritte, Netzwerk, das Produkt-Setup und SolarWeb. Drei schnelle Punkte, mit denen wir das Gerät online und auch funktionsfähig bringen. Das Coole an dieser App ist natürlich auch, wir haben die Möglichkeit, eine automatische Verbindung mit dem Wechselrichter herzustellen. Wir müssen nur mit einem Tastendruck am Wechselrichter den Access Point öffnen und unsere App sucht sich dann automatisch diesen Wechselrichter und verbindet sich ohne die Nötigkeit von einer Passworteingabe. Ja, das alles ist jetzt eben mit unserer Fronius Solar Start App möglich. Kann ich sehr empfehlen. Ja, wie aktiviert man nun die Batterie? Am Gen24 Plus ist das Ganze auf zwei Arten möglich. Entweder bei der Erstinbetriebnahme, beim Produktassistenten kann hier bereits die Batterie ausgewählt und hinzugefügt werden oder natürlich auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt. Also einfach wieder mit dem Wechselrichter verbinden, über WiFi oder über LAN und hier die Komponente hinzufügen. Es ist nur ein Screenshot, aber hier unten können wir zum Beispiel den ersten Schritt sehen. Also hier ist im Betriebnahmeprozess eine neue Komponente ausgewählt worden. Hier muss man nur die BWD-Batterie auswählen und dann hinzufügen. Also ein wirklich schneller Prozess. Das selbige gilt auch für unseren Fronius Symo Hybrid Wechselrichter. Bitte beachten, zuallererst den Software-Update machen. Das ist seit August verfügbar, um auch die neue BWD Premium Batterie anzeigen und kompatibel zu machen. Auch hier sind zwei Schritte möglich, zum einen in der ersten Betriebnahme, im Technikassistenten oder natürlich auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Hier auch nochmal kurz in der Anlagenübersicht unter Einstellungen wird hier unten einfach ausgewählt Batterie, BWD-B-Box und das war es schon. Also wirklich eine sehr einfache Integration in unser System. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu unserem Monitoring-Portal Fronius SolarWeb. Es ist eben zum einen eine Anlagenvisualisierung für den Kunden. Der Kunde hat die Möglichkeit, seine Energieflüsse visuell darstellen zu lassen und von jedem Smartphone aus, von jedem Gerät aus darstellen zu lassen. Er kann sich täglich, monatig, jährlich eine Ertragsansicht machen lassen. Aber es ist auch ein Tool für Sie als Installateure. Sie haben hier die Möglichkeit, Service-Meldungen abzugreifen, schnell auf Service-Meldungen reagieren zu können, dem Kunden eine schnelle Lösung anbieten zu können, aber auch ein Fernupdate aufspielen zu können. Zum Beispiel. Das Ganze wäre auch noch als Premium-Dienst verfügbar. Fronius SolarWeb Premium kostet um die 25 Euro pro Jahr und bietet dem Kunden ein paar mehr detaillierte Reports und Datenanalysen sowie Simulationen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde einen Hybrid-Wechselrichter installiert hat mit SmartMeter am Einspeisepunkt, sich aber noch nicht sicher war, ob er eine Batterie haben möchte oder nicht und nach einem Jahr sagt, okay, jetzt überlege ich mal, dann kann er hier eine Batteriesimulation starten, um herauszufinden, was für eine Eigenverbrauchsteigerung einer Batterie mit sich ziehen würde. Was Ihnen das nun bringt. Ja, genau. Hier nochmal eine Symbolanlage hier. In unterschiedlichen Farben dargestellt dann wird die Ladung in die Batterie dargestellt. Hier zum Beispiel in Gelb. In Blau wäre zum Beispiel ein Fronius Ohnpilot. Die Warmwasserlösung mit Fronius. Also das ist hier dann alles für den Kunden einsichtig und übersichtlich dargestellt. Ja, die letzte Folie, die ich jetzt bringen möchte, beschäftigt sich mit der Frage, ja, weshalb Fronius und BWD? Der wesentliche Punkt, den ich jetzt hier nochmal herausheben möchte, ist einfach die tolle Kooperation. Es funktioniert. Es ist ein super Konzept und wir haben mit dieser Konzeption auch bei der Speicherinspektion dieses Jahres von der HTW Berlin den ersten Platz gemeinsam gemacht. Wir haben hier einen besten Wert aller Zeiten mit 94 Prozent der Gesamteffizienz mit BWD erzielt. Das lässt sich natürlich schon auch zeigen und mit höherer Effizienz kommt natürlich einiges mit sich. Es ist ein höherer Eigenverbrauch und damit maximale Erträge und schnellste Rentabilität für den Kunden, in der er die Investition der Anlage des ganzen Systems wieder retour bekommt. Also es lohnt sich, Fronius hat hier eine tolle Kooperation mit BWD und mit diesen Worten möchte ich dann auch schon den ersten Part jetzt beenden, den Fronius-Part und mal kurz einen Audio-Check. Hallo Florian, bist du bereit für den zweiten Part? Ich wäre soweit und super, war schon wahnsinnig interessant. Jawohl, Dankeschön. Also ich werde jetzt noch kurz den Florian zum Moderator nennen. Er wird uns dann seinen Bildschirm teilen und uns den zweiten Teil der Präsentation näher bringen. So, ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm und auch den richtigen. Jawohl, wir haben bereits ein Bild. Perfekt, super. Dann, gut, dann übernehme ich gleich. Erstmal vielen Dank. Genau, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich freue mich jetzt sehr, die BWD Battery Box Premium nochmal vorzustellen. Mein Name war Florian Blaser von EFT Systems und genau EFT Systems, wie schon eingangs erwähnt, ist für die Battery Box in Europa zuständig. Genau, also wir sind der lokale Kontakt für alles Mögliche. Und womit ich jetzt anfangen möchte, bevor ich in den technischeren Teil übergehe, ist ein kleiner Jahresrückblick. Und zwar, ja, er ist ein bisschen verfrüht für das Jahr 2020, aber das Jahr war, ja, oder ist bestimmt ein Jahr, was lange in Erinnerung bleiben wird. Und natürlich wegen der Battery Box Premium, die gleich zu Jahresbeginn von BWD eingeführt werden sollte. Ja, ich sage sollte, weil dann natürlich doch noch ein bisschen was dazwischen kam, was durchaus das ein oder andere Problem oder riesige Probleme verursacht hat. Das Ganze wurde ein bisschen verzögert, aber inzwischen stehen die Produktionslinien pünktlich für den Start der Kombination mit Fronius. Das freut uns sehr. Und inzwischen steht auch ein neuer Produktionsstandort. Also da wurde jede Menge gemacht, um einfach dieser wahnsinnigen Nachfrage Herr zu werden. Und jetzt kommen auch jede Menge Batterien endlich wieder. Und ja, trotz Covid wurden die Pläne eben noch ein bisschen verschoben. Aber kommen wir mal generell zu den Punkten, die wir in 2020 gelernt haben. Also es war schon ein spannendes Jahr, wie gesagt. Einmal, was haben wir gelernt über BWD und die Battery Box? Einmal BWD versucht, Verantwortung zu zeigen. BWD hat kurzerhand im Februar, als Covid noch in Europa noch nicht so das große Thema war, in China schon, hat BWD geschaut, was so das Nötigste ist. Neben natürlich einem Impfstoff waren das damals schon die Masken, großer Mangel. Und BWD hat sich kurzerhand dazu entschlossen, Masken selber herzustellen. Und auch die ganzen Maschinen, die man für solche Produktionslinien braucht, waren natürlich im Februar nicht wirklich auf dem Weltmarkt verfügbar. Deshalb hat BWD kurzerhand auch einfach die ganzen Maschinen selber hergestellt und ist inzwischen zum größten Hersteller von solchen Schutzmasken aufgestiegen. Ich habe ein paar hier, die kann ich jetzt leider über das Webinar nicht verteilen. Aber das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Vor allem da wurden die Produktionsstraßen innerhalb von ein, zwei Wochen hochgezogen. Also man kennt ja das Krankenhaus, was in China in ein, zwei Wochen gebaut wurde. So ähnlich hat das BWD auch gemacht. Also es ist ähnlich beeindruckend. Es gibt auch ein kleines Video auf YouTube. Da sieht man mal, was da wirklich für ein Aufwand auch hintergesteckt hat, um da eben diese inzwischen 50 bis 100 Millionen Masken am Tag herzustellen. So, das hat bestimmt einmal geholfen, eben diesen Maskenmangel zu decken. Wir hatten natürlich auch einen gewissen Speichermangel, gerade im ersten Halbjahr. Aber inzwischen hat BWD hier auch für die Batterybox Premium, wie gesagt, ganz neue Produktionsstandorte, ganz neue Produktionslinien, die auch sehr flexibel angepasst werden können an die weiterhin aus unserer Sicht extrem dynamisch wachsende Speichernachfrage. Also da mit dem neuen Produktionsstandort will BWD nächstes Jahr auch wirklich gleich ab Anfang nächstes Jahr möglichst wieder, endlich wieder eine gute Verfügbarkeit herstellen. Also BWD liefert auch jetzt schon wahnsinnig viel. Wir werden dieses Jahr auch viel, viel mehr Speicher ausliefern als letztes Jahr. Trotzdem, wer die Batterybox einsetzt, weiß, so richtig gut verfügbar waren wir dieses Jahr nicht. Das soll sich nächstes Jahr eben ändern. Ja, deshalb freuen wir uns, wie gesagt, über diese neuen Produktionslinien, die eben auch dadurch nötig sind, weil die Premium-Produkte sehr, sehr gut ankommen. Das freut uns natürlich. Und das ist wahrscheinlich dem Premium-Design auch geschuldet, hier mal gezeigt an der Hochtechnologie einer Schraube. Wer auch die alte Batterybox HV eingesetzt hat, weiß, warum das jetzt das Premium-Design ist. Aber natürlich neben der Schraube steckt da noch sehr viel mehr Hightech drin. Also es gibt durch die Bank einfach, es sind die Premium-Produkte eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung von den alten Produkten, wobei gleichzeitig noch die großen Vorteile der alten Produkte beibehalten werden. Aber zum Beispiel wurde, ja, neben der vereinfachten Installation, wurden die Speicher kleiner, kompakter. Es gibt verbesserte technische Eigenschaften, noch höhere Flexibilitäten, visuelles Feedback und einiges mehr, was jetzt eben mit den neuen Premium-Produkten dazukam. Was wir dieses Jahr noch gelernt haben, BYD hält auch sein Versprechen der Flexibilität und der Erweiterbarkeit. Und zwar auch für die alten Produkte, die normal nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind. Aber auch die kann man nach wie vor erweitern. Also Erweiterungsmaterial für diese Speicher gibt es nach wie vor. Und auch die ältesten Battery-Box-Produkte, die vor bald fünf, sechs Jahren in Europa installiert wurden, auch die kann man nach wie vor updaten. Und das ist eben der große Vorteil der Erweiterbarkeit. Genau, darüber haben wir gerade schon was gehört. Die Battery-Box ist nach wie vor sehr effizient. Und gerade in Verbindung mit Fronius eben das effizienteste Speichersystem auf dem Markt. Und was uns eben auch einfach freut, ist dieses Siegel. Das Siegel kann tatsächlich eigentlich jeder Hersteller haben. Da muss man jetzt auch nicht auf dem ersten Platz sein, sondern dafür muss man einfach nur an der Studie teilnehmen mit unabhängigen Messergebnissen. Also das kann man nicht selber messen nach Effizienzleitfasen, sondern das muss extern gemessen werden, zum Beispiel von einer Universität, AIT, KIT, TU Braunschweig oder vom TÜV oder Ähnliches. Und damit kann dann jeder Hersteller hier mitnehmen und für Transparenz im Markt sorgen und kriegt dann eben dieses Siegel. BYD arbeitet mit den neuen Produkten, also mit den Premium-Produkten auch weiterhin konsequent an dem Hauptziel von BYD. Und das ist ein emissionsfreies Ökosystem. Und das kann man zum Beispiel bei den neuen Premium-Produkten schon auch an der Verpackung erkennen. Die besteht fast ausschließlich aus Pappe und wurde im Volumen nochmal deutlich reduziert. Und da sieht man wieder das Ziel von BYD, wirklich möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Und so eine Verpackung für Gefahrgut, Lithium-Batterien sind ja Gefahrgut oder wird als Gefahrgut gehandelt. Deshalb ist das durchaus komplex, hier eben eine entsprechende Verpackung mit Pappe zu realisieren. Wurde gemacht und freut mich sehr. Deutlich weniger Verpackung und das, was anfällt, ist hauptsächlich Pappe. Auch konsequent BYD verfolgt das emissionsfreie Ökosystem auch bei der Batterietechnologie. Hier setzt BYD nach wie vor auf die Cobalt-freie Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Und zwar auch für die neuen Fahrzeuge und das ist jetzt zum Beispiel das neue Flaggschiff von BYD. BYD ist ja auch einer der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Und das wird natürlich gemacht, um auch hier die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu halten. Außerdem hat sich die Lithium-Eisenphosphat-Technologie bewährt, sowohl in der Lebensdauer als auch in der Sicherheit. Und das einfach durch die extrem hohe Qualität der Zellen, die durch... Ja, wenn man auch hier, verweise ich wieder auf ein Video auf YouTube, da kann man sich nämlich mal ansehen, wie die Zellen hergestellt werden. Und das wird vollautomatisch gemacht, wirklich beeindruckend. Das sind Fußballfeld, mehrere Fußballfeld große Batteriehallen, in denen fast nur Roboter drinstehen, die das irgendwie alles automatisch machen, also wahnsinnig komplex. Und dadurch wird eben diese sehr, sehr hohe Qualität der Batteriezellen erreicht, was vielleicht bei der Installation noch gar nicht so auffällt, aber mit Sicherheit in einigen Jahren, wenn es um die Lebensdauer dann geht, absolut zum Tragen kommt. Und das sieht man eben zum Beispiel auch an den Elektrofahrzeugen, die wahnsinnig hohe Kilometeranzahlen schaffen. So, und ja, bezüglich Sicherheit natürlich auch eine sehr, sehr sichere Batteriezelle, aber auch das ganze System, und darauf kommt es ja am Ende an, ist sehr sicher und erfüllt die höchsten Industriestandards. Auch das ist eine ganz wichtige Weiterentwicklung der Premium-Produkte. Hier wird beispielsweise VDE 251050 erfüllt. Das ist ein relativ neuer Standard und so ein bisschen der höchste aktuell in der Industrie. Und das wird gerade in Zukunft für Förderprogramme oder sowas sehr, sehr wichtig werden. Und natürlich zeigt das, wie sicher der Speicher ist. So, und einer oder vielleicht der Hauptpartei von der Batterybox ist ja die Flexibilität und dass die Flexibilität in so einem einfachen System realisiert wird und dass die bisherigen Produkte flexibel waren, das weiß man. Und die neuen Produkte sind noch flexibler. Man kann noch höher in der Kapazität, kann das Ganze draußen installieren, wie hier rechts gezeigt, kann das Ganze ziemlich hoch stapeln, wie hier links gezeigt, in einem 22 Kilowattstunden Speicher. Also man ist wirklich wahnsinnig flexibel. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Batterybox kann man auch im gewertlichen Bereich einsetzen. Darum geht es heute aber nicht. Ich gehe auch nicht auf die anderen beiden Versionen ein, die LVS und die LVL. Das wird auch oft mit Fronius-Wechselrichtern eingesetzt, aber genau dann eben mit PV-Wechselrichtern von Fronius. Aber absolut die HVS, HVM, die Hochvoltspeicher sind natürlich das, was im Privathaus vor allem oder auch im Kleingewerbe am alleröftesten eingesetzt wurde. Deshalb, es gab früher eine HV, daraus wurden zwei Modelle, weil einfach die Hochvoltspeicher eine wahnsinnig starke Nachfrage erfahren, auch einfach, weil es im System eben mit diesen tollen Wechselrichtern auch von Fronius eine ganz, ganz runde Lösung ergibt. Und genau, deshalb jetzt zwei Versionen vom Hochvoltspeicher und auf die gehe ich jetzt technisch noch genauer ein. Es gibt die HVS und die HVM. Die HVS steht für High Voltage Small. Also im Namen steckt schon, dass es einmal Hochvoltspeicher ist und dass es vermeintlich kleiner ist. Allerdings bezieht sich das nicht auf die Größe. Die Module sind genauso groß wie bei der High Voltage Medium. Aber es bezieht sich auf die Kapazität, mit der man starten kann und auf die man am Ende hinauskommt. Bei der HVS hat ein Modul etwa zweieinhalb Kilowattstunden und 100 Volt Spannung. Und man kann mit zwei Modulen starten. Dann hat man eine Spannung von 200 Volt und etwa 5,1 Kilowattstunden. Und ja, theoretisch geht das rauf bis 5 Module und 500 Volt. Das ist aber eine sehr hohe Spannung. Deshalb mit Fronius gehen wir hier rauf auf 400 Volt und 10,2 Kilowattstunden. Das macht aber überhaupt nichts, weil wenn man größeren Speicher realisieren will, kann man einfach auf die HVM gehen. Hier hat ein Modul etwa 2,7 Kilowattstunden und 50 Volt. Sprich mit drei Modulen könnte man starten mit 150 Volt. Das geht zum Beispiel mit dem Simo Hybrid und 8,3 Kilowattstunden und geht dann rauf bis zu acht Modulen, was eben 22 Kilowattstunden wären und wieder 400 Volt. Hier kann man, wenn das immer noch nicht reicht, noch ein paar bis zu drei Türme mit der gleichen Modulanzahl parallel schalten, um dann bis zu 66 Kilowattstunden zu realisieren. Ganz wichtig hierbei, wir haben es eben schon gehört, nicht jede Modulkonfiguration und nicht jede Konfiguration ist mit jedem Wechselrichter kompatibel. Dafür gibt es eben auch von unserer Seite eine Kompatibilitätsliste. Die zeigt natürlich das Gleiche wie die von Fronius. Das ist jetzt noch eine alte, also nicht darauf achten. Die aktuellste Kompatibilitätsliste gibt es immer auf unserer Webseite unter www.eft-systems.de oder direkt bei BYD unter www.bydbatterybox.com unter der Webseite. Das zu den Konfigurationsmöglichkeiten und den Kompatibilitäten. Ich gehe jetzt hier mal auf die Installation ein. Und die sieht man hier schon mal dargestellt. Also die mechanische Installation ist wirklich einfach. Die Module übereinander stapeln. Das Ganze läuft kabellos. Wird oft auch gern mal als Bierkästen stapeln bezeichnet. Kommt auch vom Gewicht ungefähr hin. Geht wirklich wahnsinnig einfach. Am Ende wird das eben dann noch verschraubt. Dann sitzen die Module auch fest aufeinander. Und es gibt eine Wandhalterung. Die kann man montieren, wenn der Speicher schon aufgebaut ist. Genau. Auch extrem einfach und schnell gelöst. Worauf muss man achten? Man muss darauf achten, dass man die HVS und die HVM Module nicht mixt. Wie gesagt, die sind genau gleich groß. Die lassen sich auch perfekt eigentlich aufeinander stapeln. Sollte man aber nicht machen. Lässt sich aber auch einfach vermeiden. Also einmal auf der Verpackung ist schon ein großer Sticker drauf. Um was für Module es sich handelt. Ansonsten gibt es auch ein Strich für die HVS Module. Zwei Striche für die HVM Module. Also wenn man hier mal verschiedene Anzahl an Strichen in einem System hat, weiß man schon, da stimmt was nicht. Und der Turm würde dann einfach nicht starten. Also da sollte nichts passieren. Aber da würde der Turm nicht starten. Die BCU, die Battery Control Unit, also das Steuerelement, ist übrigens genau das gleiche. Sowohl für die HVS als auch für die HVM. Also da gibt es keinen Unterschied. Genau, hier einfach nochmal gezeigt. Nicht mixen. Auch nicht in Parallelschaltung. Auch in Parallelschaltung kann man HVS und HVM nicht mischen. Also immer Sortenreihen installieren. So, das ist eigentlich auch schon alles zur mechanischen Installation. Jetzt kommt die Verkabelung. Dafür gibt es einen Anschlussbereich auf der linken Seite vom Speicher. Die öffnet man einfach. Dann liegt der Anschlussbereich der Batterie vor. Und hier gibt es einmal die Kommunikationsanbindung an den Wechselrichter. Das sieht jetzt komplex aus, weil es drei Anschlüsse sind. Man braucht davon aber nur einen. Dann hat man die Ports für die Parallelschaltung, die man natürlich nur braucht, wenn man parallel schaltet. Den Erdungsanschluss, den man immer braucht. Die Internetanbindung, die optional ist, wir aber sehr empfehlen. Gehe ich gleich noch darauf ein. Die DC-Kabel und die DIP-Schalter für das Kommunikationsprotokoll. Ich zeige ganz kurz, wie das dann am Ende aussieht. Das wäre jetzt eben das Erdungskabel, das zuerst installiert wird. Dann kommt das Kommunikationskabel zum Phonius-Wechselrichter. Und genau hier sind jetzt drei Optionen gezeigt. Für Phonius kann man zwei davon nutzen. Was man immer nutzen kann, sind einmal einfach die Pins zu stecken, wie hier in Option C gezeigt. Man kann aber auch mit einem RJ45-Kopf einfach in die Indie-Buchse gehen, wie hier auf der linken Seite gezeigt. Und wie genau die Pins zu stecken sind und ähnliches steht alles in der Anleitung drin. Das ist ganz, ganz simpel gehalten. Was auch in der Anleitung drin steht, ist, wie die DIP-Switch-Positionen sind. Also diese DIP-Schalter, die müssen normalerweise alle auf die linke Seite, außer bei der Parallelschaltung. Das zeige ich gleich noch. Aber ansonsten für Phonius, eben auf der linken Seite, es gibt aber auch Wechselrichter, da müssen die zum Teil anders eingestellt werden. Das kann man dann aber auch der Anleitung einfach entnehmen und im Normalfall auf die linke Seite. Das Internetkabel ist, wie gesagt, optional. Wir empfehlen das aber sehr einfach aus dem Grund, dass man dann die Möglichkeit hat, Remote-Updates auf die Box zu spielen. Also wie über die kann die Box aktuell halten. Das ist natürlich ein Vorteil für den Kunden, der dann immer die beste Funktionalität oder die neuesten Funktionen gewährleisten kann. Aber auch externer Service kann gewährleistet werden. Deshalb gerne, gerne installieren, wenn auch ein Internet-Slot frei ist. DC-Gabel einfach mal hier gezeigt. Auch ganz schnell einfach in die Klemme und natürlich auf die Verpolung achten. So, am Ende muss der Deckel geschlossen werden. Das ist ganz wichtig, weil sonst lässt sich der Speicher nicht starten. Es gibt einen kleinen Sensor, der merkt eben, ob der Bereich offen oder geschlossen ist und schaltet da dann alles spannungsfrei. Deshalb unbedingt den Deckel ordentlich schließen, sonst lässt sich das System nicht aktivieren. Und hier jetzt nochmal ganz kurz die Parallelschaltung gezeigt. Die Boxen werden einfach mit einem normalen Patch-Kabel miteinander verbunden. Sieht man hier, dafür eben diese Parallel-Buchsen. Und die Kommunikation zum Wechselrichter läuft dann nur vom Master und zwar ganz genau so, als ob es nur ein Speicher wäre. Was gibt es hier noch? Die DC-Kabel sollten gesammelt werden und dann als ein Strang zum Wechselrichter geführt werden. Da gibt es im Verlauf des Jahres vielleicht auch noch eine spezielle Lösung für. Und der mittlere Turm, also nur wenn man drei Türme parallel schaltet, muss ein DIP-Switch auf die rechte Position, hier der untere, man sieht es hier. Genau, das ist wichtig, das braucht man nicht bei zwei Türmen, aber bei drei Türmen muss der mittleren, der eine DIP-Switch-Position geändert werden. So, dann kommen wir auch schon zur Inbetriebnahme. Angeschaltet wird der Speicher hier über diesen Sicherungsschalter auf der rechten Seite. Und das ist auch wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. Zuerst wird die Batterie eingeschaltet und konfiguriert und danach erst der Wechselrichter. Da kann es zu Problemen kommen, wenn der Wechselrichter schon angeschaltet ist, deshalb unbedingt auf die Reihenfolge achten, wie man das System in Betrieb setzt. So, wenn der Speicher angeschaltet ist, braucht man zur Inbetriebnahme die App B-Connect. Die kriegt man einfach im Android oder im Apple Store und was wir immer empfehlen ist, kurz, wenn man sich die App runterlädt, auch gleich die aktuellste Firmware für die Batterien herunterzuladen, möglichst noch im Büro, weil da hat man auf jeden Fall eine gute Internetverbindung. Das geht mit drei ganz einfachen Schritten. Einfach, man wählt einmal die Sprache, drückt Konfiguration starten und dann kann man hier schon die Firmware herunterladen. Dann hat man die aktuellste Firmware auf dem Handy oder auf dem Tablet und kann sich dann vor Ort mit dem Speicher verbinden. Der Speicher baut ein eigenes WLAN-Feld auf, das heißt BYD und dann irgendeine Nummer. Das Passwort ist hier gezeigt, BYD B-Box. Und dann kann man eben mit der Konfiguration fortführen. In dem Fall würde man dann erst einmal die Firmware aktualisieren. Und genau wichtig bei der Firmware zu wissen, die BCU besteht im Prinzip aus zwei Komponenten, der BMU und der BMS, also der Battery Management Unit und der Battery Management System. Und das Firmware-Update von der App aktualisiert zuerst die BMU, die ist dann auch direkt geupdatet. Und die BMS wird dann von der BMU aktualisiert und das dauert ein paar Minuten, also das dauert 15 Minuten oder ähnliches. Und derweilen muss man nicht darauf warten, sondern man kann einfach schon mit der Konfiguration fortführen. Genau. Nur darauf achten, immer das neueste Firmware-Update unterzuladen, also ab und zu mal gucken, ob man hier unter Firmware herunterladen ein neueres Update bekommt. Genau. Und gerade für den Gen24 braucht man eben die Version 3.13 und 3.19. Aber wenn man hier auf Firmware herunterladen geht, geht das alles automatisch. Konfiguration geht dann auch ganz, ganz schnell. Die Zeit wird eigentlich vom Handy dann schon automatisch genommen. Die muss man nur noch bestätigen. Modulanzahl muss man eingeben. Fronius als Wechselrichter gibt man ein. Und dann normalerweise dreiphasig. Und ob man eben Notstrom verwendet oder nicht. Und mehr Informationen will die Batterie dann auch gar nicht. Und damit wäre die Konfiguration eigentlich abgeschlossen. Ich will noch ganz kurz darauf eingehen, es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit, die Konfiguration durchzuführen. Wenn es, ich weiß nicht, wenn das Handy irgendwie ein spezielles Betriebssystem hat, also kein Android oder Apple. Oder man einfach lieber mit einem Computer die Konfiguration macht, gibt es die Möglichkeit auch. Dafür gibt es das Programm B-Connect Plus für Windows Computer auf unserer Webseite wieder zum Herunterladen. Damit kann man sich auch einfach mit der Box verbinden und hat dann eben dieses Programm, mit dem man auch die Konfiguration durchführen kann. Und das Update natürlich auch. Und hier sieht man sogar noch ein bisschen mehr von der Batterie. Man kann zum Beispiel eine Diagnose sich anschauen. Da sieht man dann auch die verschiedenen Batteriezellspannungen. Man sieht gespeicherte Meldungen, also History-Meldungen und ähnliches. So, hier ganz kurz nochmal die Anschaltreihenfolge gezeigt. Ja, wenn es einen Schalter, eine Sicherung irgendwie gibt zwischen Wechselrichter und Batterien, das gibt es normalerweise nicht. Aber wenn, dann den zuerst anschalten, danach die Batterie oder die Batterien und danach erst den Wechselrichter. Wenn die Batterie angeschaltet ist, dann fängt die auch an zu leuchten. Vorne ist der LED-Schalter ein weißes Blinken, je nachdem, ob es schnell oder langsam ist. Heißt dann im Normalfall, dass es lädt oder dass es entlädt. Und dann gibt es noch weitere Statusmeldungen, die man einfach in der Anleitung dann nachschauen kann. Also, die Anschaltreihenfolge genau andersrum als die Anschaltreihenfolge. Und genau. Nur, worauf man achten muss, um die Batterie auszuschalten, nimmt man nicht den Sicherungsschalter auf der rechten Seite, sondern der LED-Knopf wird für fünf Sekunden gedrückt und damit fällt dann der Sicherungsschalter automatisch nach unten. Genau. Dann komme ich noch zu einem wichtigen Punkt. Die Batterie ist ja sehr flexibel und kann jederzeit erweitert werden. Hier nur wichtig, weil die Module eben in Reihe geschaltet sind, muss man auf den Ladezustand achten. Also die neuen und die alten Module müssen auf ungefähr dem gleichen Ladezustand sein. Und neue Module kommen mit etwa 25 Prozent Ladezustand an. Und das heißt, man sollte den bestehenden Turm bei etwa 20 bis 30 Prozent, möglichst nah an 25 Prozent, ausschalten. Da kann man vielleicht auch im Zweifelsfall den Endkunden irgendwie zu motivieren, dass der das macht. So, dass man dann, wenn der Speicher eben bei etwa 25 Prozent ausgeschaltet wurde, nur noch mit dem neuen Modul vor Ort kommen muss. Dieses wirklich dann auch einfach nur oben drüber stapeln, kurz neue Modulanzahl konfigurieren und damit hätte man dann auch schon die Erweiterung erledigt. Also geht auch wirklich schnell. So, das zum Speicher. Ich gehe jetzt kurz auf unseren Support noch ein. Da gibt es nämlich verschiedene Tools und Hilfsmittel. Einmal natürlich genannt die Webseite nochmal, bydbatterybox.com oder eft-systems.de. Die ist dann auch auf Deutsch und da gibt es jede Menge hilfreiche Dokumente oder auch erstmal das Standardmaterial, wie Datenblätter, Anleitungen oder eben die wirklich wichtige Kompatibilitätsliste. Es gibt noch viele weitere Zertifikate, Garantien und so weiter. Was es auf unserer EFT-Systems-Webseite noch gibt, ist einmal unser Help-Center, den Serviceleitfaden und Checkliste und das Online-Service-Center. Das will ich ganz kurz mal vorstellen, genau zu finden, sind die drei Sachen. Also einmal die Serviceleitfaden unter Downloads, dann hier rechts oben das Online-Service-Center und das Help-Center, ganz prominent unten auf der Webseite. Und ich fange mal an mit dem Help-Center. Das ist für Installateure, für Fachpartner. Und hier hat man zum Beispiel häufig gestellte Fragen an FAQ. Man hat nochmal alle Dokumente, auch mit einer kurzen Erklärung und alles schön auf einen Blick. Und man sieht hier auch gleichen Reiter mit technischer Support, wo man zum Beispiel auch nochmal den Serviceleitfaden erhält. Oder einfach ein To-Do, was man macht. Der Serviceleitfaden und Checkliste, hier mal gezeigt, der Leitfaden führt einen eigentlich, wenn man mal irgendwie, wenn doch ein Problem auftritt, führt der Leitfaden einen durch die Schritte. Damit kann man meistens das Problem schon lösen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann die Checkliste ausfüllen. Und genau, dann stehen auch gleich die Kontaktdaten mit auf der Checkliste. Dann können wir, wenn mal was auftritt, das auch sehr schnell lösen. Und das Online-Service-Center gibt es dann noch mit Login. Und wenn man noch nicht registriert ist, das ist einigermaßen klein, aber es ist auch hier unten gezeigt, das Registrieren. Man braucht da nicht viele Informationen eingeben. Das wäre jetzt die Startseite, auf die man dann kommt im Online-Service-Center. Hier kann man seine Systeme registrieren, also die Battery-Box-Systeme. Und kann damit eben sehr guten Überblick behalten. Kann auch automatisch, wenn man die Modulseriennummern einträgt, an die Partnerprogramm Punkte sammeln. Da folgt allerdings noch ein bisschen was, was, ja, die Preise dafür, sage ich mal. Wenn es mal ein Problem gibt, kann man hier gleich ein Ticket registrieren oder den Überblick über seine Tickets behalten. Und gerade für die alten Systeme kann man auch hier das Erweiterungsmaterial registrieren. Also wenn man für die bereits nicht mehr am Markt erhältlichen Produkte, also zum Beispiel die Battery-Box-HV, also das Vorgängermodell, noch Erweiterungsmodule braucht, dann hier einfach das System registrieren. Und die Erweiterungsanfrage, dann kann man das ganz normal beim Großhändler wieder bestellen. So, das war's. Das war mein Überblick über den Batterieteil von dem, ja, bestimmt wahnsinnig spannenden und bin mir sicher sehr nachgefragten. Wir fragen, System mit dem Gen24 oder dem Symo-Hybrid und unserer Battery-Box Premium. Und damit vielen Dank und ich glaube, wir beantworten jetzt noch gerne alle möglichen Fragen, die aufgetreten sind. Genau. Herzlichen Dank, Florian, für die Präsentation, für diesen spannenden zweiten Teil. Ich würde die Chance gleich auch gerne nutzen, wir hätten ein paar dezidierte BWD-Fragen, die wir vielleicht auch gleich noch beantworten könnten. Zum Beispiel, ja, die momentane Lieferzeit von BWD-Boxen, gibt es da eine pauschale Antwort, die wir sagen können? Nein. Die wird besser? Tatsächlich nicht. Also, das ist tatsächlich dann auch ein Thema, bitte bezüglich Lieferzeiten einfach einen Großhandel wenden. Da, ja, haben wir auch nicht so ganz den Überblick. Aber die wird auf jeden Fall besser. Wie gesagt, das Ziel von BWD ist, ab Anfang nächsten Jahres gleich möglichst eine wirklich gute Verfügbarkeit herzustellen. Und bei dem, was ich sehe, was BWD da an Produktionslinien aufgebaut hat und was BWD da monatlich jetzt produziert, denke ich eigentlich auch, dass das wirklich gut funktioniert. Ansonsten mit dem neuen Produktionsstandort BWD eben auch entsprechend flexibel die Produktionskapazitäten auch kurzfristig wirklich noch nach oben zu schrauben. Also ich denke, dass wir hier wirklich eine wirkliche Entspannung bis Anfang nächstes Jahres in den Markt hoffentlich reinbekommen. Alles klar. Ja, eine zweite eher technische Frage zu euren Produkten wäre, für die Außenmontage von BWD-Batterien, welchen Temperaturbereich gibt es da, den man beachten muss? Sehr gute Frage. Und zwar sind die Batterien von minus 10 bis plus 50 Grad aufstellbar. Das reicht oftmals in Europa natürlich nicht. Also da kann es auch mal kälter als minus 10 Grad werden. Aber gerade für die Garage und Ähnliches sollte das ganz gut ausreichen. Und ja, das Bild hier jetzt links oben gezeigt ist natürlich aus Australien. Da wird es nicht ganz so kalt. Aber ich glaube auch minus 10 bis plus 50 Grad ist für Lithium-Batterien schon ein wahnsinnig guter Temperaturbereich. Aber genau, bis minus 10 Grad. Alles klar. Ja, es sind natürlich sehr viele Fragen heute eingetroffen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte vielleicht auch noch eine herauspicken, die eher auf unsere Gen24 jetzt hinweist. Und zwar war da die Frage beim PVPoint, bei dieser optionalen Notstromlösung. Da habe ich von einer Fehlerstromschutzeinrichtung gesprochen, die hier vorgeschalten werden soll. Was ist hier zu empfehlen? Also für den PVPoint selbst empfehlen wir einen Typ A FE 30mA. Der ist völlig ausreichend. Kann natürlich auch höherwertig eingebaut werden. Aber das beschreibt unseren Mindeststandard mehr oder weniger. Und wir benötigen keinen zusätzlichen Leitungsschutz, da wir hier nominal nur 3 kW versorgen können. Also hier ist kein zusätzlicher Leitungsschutz dann nicht mehr notwendig. Ja, vielleicht eine Frage, die beide, Florian und mich jetzt betreffen. Und zwar kann ich bei zwei Wechselrichtern, bei zwei Hybrid-Wechselrichtern in einem System auch zwei separate Batterien anschließen. Wobei das ist jetzt, wo ich es ausspreche, eher eine Fronius-Frage. Also Fronius-seitig ist das leider nicht möglich. Wir haben die Vorgabe, je ein Speisepunkt maximal einen Hybrid-Wechselrichter zu installieren. Also je ein Speisepunkt kann einer der Hybrid-Wechselrichter eine Batterie angeschlossen haben. Grund dafür ist einfach, dass auch im Regelfall, am Einspeisepunkt muss ja reguliert werden. Und würden wir zwei Regulierungspunkte haben, würde das Ganze nicht sonderlich gut funktionieren. Also nur einer hat hier die Möglichkeit, die Batterien anzuschließen. Aber mit dem Verweis hier auf BBD, es können ja auch mehrere parallele Türme konfiguriert werden, was hier vielleicht die Kapazitätsprobleme lösen könnte. Ja, eine allgemeine Frage, die ich noch beantworten möchte bezüglich Präsentation. Sie bekommen alle die Aufzeichnungen dieses Webinars und die Präsentation in den nächsten Tagen zugesandt. Da können Sie sich das gerne nochmals durchhören oder die Präsentation noch mal durchlesen, falls noch Fragen offen sind. Ja, Florian, irgendwas, was du noch anmerken möchtest? Ich schaue mir gerade auch noch mal so ein bisschen die Fragen an. Ich würde einfach gerade, also es sind ein paar spezielle Fragen dabei, die ich dann einfach speziell bearbeiten würde. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts mehr ganz Allgemeines auf den ersten Blick. Ich würde auch vielleicht vorschlagen, also es bleibt keiner ohne Antwort. Keine Angst, wir werden natürlich die Fragen noch beantworten, aber nicht alle hier live, sondern wir werden uns dann einfach per Chat bemühen, sie schriftlich zu beantworten. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir schalten uns beide dann auch schon stumm, lassen das Webinar sozusagen ausklingen und werden uns dann einfach schriftlich der Fragen noch widmen. Und ja, wenn das für dich passt, auch Florian, machen wir das so, oder? So machen wir das. Perfekt. Ja, in diesem Sinne an alle Teilnehmer, herzlichen Dank fürs Zuschalten heute. Herzlichen Dank auch Florian fürs Dabeisein. Super Sache, hier gemeinsam mal ein Webinar zu machen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal wieder mal bei einem gemeinsamen Webinar. Und für Sie, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei Fronius zu einem Webinar. Vielen Dank auch noch von meiner Seite aus und einen schönen Tag alle. Ciao. 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 Ciao.